Unser Zusammenleben Unser Zusammenleben, das höchste Gut und Prinzip unserer freien demokratischen Gesellschaft und unsere Pflicht in bewegten Zeiten zu solidarisieren, ein friedliches Miteinander zu bewahren und für die Zukunft zu stärken. Ein Ort, an dem Migration schon lange ein wichtiger Bestandteil von Entwicklung und Fortschritt ist, ist die Friedensstadt Augsburg. Und sie lebt und schätzt Diversität heute mehr denn je. Historisch geprägt vom Wasser wie kaum ein anderer Ort, gehört sie zu einer der ältesten Städte Deutschlands. Und das mit heute über 300.000 Menschen. Die Hälfte davon mit Migrationshintergrund und dies mit teils langer und bewegter Geschichte. Migration ist seit jeher ein natürlicher Prozess, der die Stadtgesellschaft stärkt und mitgestaltet. Wichtiger Bestandteil unserer Vergangenheit und Zukunft. Sie ist die Quelle unserer Identität und eine kostbare Ressource, die wir sichtbar machen. Noch nie zuvor waren wir so bunt und global vernetzt. Vielfalt von Herkunft, Religion und individueller Identität aktiv zu gestalten und mit Leidenschaft und Solidarität zu leben, ist unser allerhöchstes Gut. Die Geschichte unserer Stadt ist wegweisend für das friedvolle Zusammenleben aller zukünftigen Generationen. Und dafür stehen wir gemeinsam ein. Die Geschichte unserer Stadt ist wegweisend für die Stadtgesellschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war educación. Die Geschichte unserer Stadtentscheinen. 강rund Untertitelung des ZDF, 2020